Wir alle wissen, Autismus-Spektrumsstörungen zeigen sich in vielen verschiedenen Formen. Dabei ist kein Autist wie ein anderer. Das ist ein inzwischen überall akzeptiertes Bild von Autismus. Allerdings gibt es ein Review von Laurent Mottron aus dem Molecular Psycurity Journal, in welchem genau diese moderne Ansicht über das Autismus-Spektrum hart kritisiert wird. Und zwar würde die Annahme, autistische Eigenschaften hätten einen fließenden Übergang zur Normalität und dabei natürlich auch mit anderen Störungsbildern oder Nicht-Störungsbildern mehr oder weniger starke Überlappungen haben, nicht nur zu einem 20-fachen Anstieg der Autismus-Diagnosen geführt haben. Nein, diese Annahme würde auch dazu führen, dass das ganze Konzept Autismus immer mehr ausfranst und letztlich völlig zur Auflösung kommt. Mit dieser Kritik und vor allen Dingen damit, welche Abhilfemaßnahmen Mottron hier vorschlägt, beschäftigen wir uns in diesem Video. Ja, bevor es losgeht, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, für diejenigen, die neu auf diesem Kanal sind. Mein Name ist Tom Harrendorf. Ich habe mehrfach die Diagnose Asperger-Syndrom enthalten. Ich bin seit über zehn Jahren Leiter einer Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsene in einer Autismusambulanz. Und ich bin der Gründer von Autismus-Spektrum-Info, ein Fachportal mit Artikeln zum Thema Autismus. Ja, und über die Selbsthilfe, meine Selbsthilfegruppe, möchte ich hier jetzt auch ganz, ganz kurz sprechen. Denn angelehnt an die Kritik von Mottron und sein großes Review zur Thematik, ist denn das Autismus-Spektrum maximal vielfältig? Und was bedeutet das überhaupt für das ganze Themengebiet Autismus? Kann oder möchte ich berichten, dass sich natürlich auch die Teilnehmer und das Gesicht meiner Selbsthilfegruppe im Laufe der letzten zehn Jahre sehr gewandelt hat. Ja, vor zehn Jahren hatten wir noch überwiegend prototypische Autisten in der SAG, welche über die immer gleichen prototypischen Themen zum Hinblick auf Autismus gesprochen haben. Ja, das heißt zum Beispiel soziale Schwierigkeiten, das heißt zum Beispiel, wie finde ich Freunde, wie kann ich eine Partnerschaft aufbauen, Spezialinteressen und Stereotype-Verhaltensweisen. Das waren so die Themen, über die man in meiner Selbsthilfegruppe immer und immer wieder gesprochen hat. Auch wenn ich selber natürlich diese Themen irgendwann überdrüssig bin als Selbsthilfegruppenleiter und als die Person, welche immer und immer wieder zu jedem Treffen erscheinen muss und ich natürlich ganz froh bin, dass das Themenspektrum vielfältiger geworden ist, muss ich selber konstatieren, dass viele der Themen, über welche in meiner Gruppe heute gesprochen werden, wahrscheinlich nicht in allen Fällen überhaupt noch etwas großartig mit dem Themenkomplex Autismus zu tun haben. Inzwischen sind die meisten Menschen, die meine SAG besuchen, nicht mehr prototypisch autistisch, sondern haben eher viele Randsymptome, Begleitsymptome, welche man zwar mit Autismus assoziiert, wo man aber vor 10 Jahren oder gar vor 20 Jahren noch gesagt hätte, naja, zu den autistischen Kerneigenschaften zählt das eigentlich nicht. Und das ist nicht ganz unproblematisch, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn, wie gesagt, ich die Themenvielfalt natürlich selber genieße und irgendwo begrüße. Es ist deswegen nicht ganz unproblematisch, weil ich langsam den Eindruck habe, dass die Menschen, die meine und natürlich, ich habe ja nicht die einzige Selbsthilfegruppe zum Thema Autismus in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt, ja, dass die einzelnen Teilnehmer immer weniger miteinander zu tun haben. Und es führt natürlich auch dazu, um mal ein bisschen wegzukommen vom Thema Selbsthilfe, es führt natürlich auch dazu, dass immer weniger Diagnoseplätze bei qualifizierten Fachdiagnostikern für wahrscheinlich prototypische Autisten zur Verfügung stellen. Es ist ja so, dass immer wieder kritisiert wird, hey, es gibt nicht genug Diagnoseplätze für alle Menschen mit Autismus oder vermeintlichen Autismus. Es gibt einen großen Versorgungsmangel. Ja, da muss man aber ganz klar sagen, dass es heute mehr Diagnoseplätze, Diagnosestellen denn je gibt. Nur ist es natürlich verständlich, dass wenn wir einen 20-fachen Anstieg der Diagnose haben, das ist ein bekannter Fakt, der nicht nur von Motron in seinem Review, in seinem Artikel behauptet wird, sondern der schon lange bekannt ist, das lässt sich ja statistisch gut ermitteln, dass wir selbst bei einem 10-fachen Anstieg von Diagnoseplätzen immer noch weniger Diagnosestellen für alle zu Diagnostizierenden hätten als zuvor. Und wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die sich heute zur Diagnose anmelden, eher wegen mit Autismus assoziierten Randsymptomen zur Diagnostik gehen und weniger prototypische Autisten, ist es auch in der Konsequenz so, dass immer weniger prototypische Autisten überhaupt eine Diagnose erhalten. Das ist erstmal ein Fakt und um nochmal den Bogen zur Selbsthilfegruppen zu schlagen, dass dementsprechend natürlich auch immer weniger prototypische Autisten in Selbsthilfegruppen auftauchen. Ja, ihr seht, ich sehe das alles sehr, sehr kritisch. Und das Problem ist doch auch das Folgende. Wenn wir davon ausgehen, dass Autismus einen fließenden Übergang zur Normalität hätte und jeder irgendwo ein bisschen autistisch ist, naja, dann würde ja das, was wir von oder unter Autismus verstehen, sich irgendwann zur Gänze auflösen. Es muss doch eigentlich den prototypischen Autisten geben, damit es in der Folge auch die nicht mehr ganz so prototypischen Autisten geben kann. Und wenn wir immer weniger uns damit beschäftigen, was ist eigentlich ein prototypischer Autist, weil wir inzwischen die Annahme haben, dass es den Autisten gar nicht geben würde, dann wird das ganze Thema Autismus zum Verschwinden kommen. Und deswegen schlägt Laurent Mottron einige Maßnahmen vor, um dieses Problem zu beheben. Und diese Maßnahmen möchte ich hier ganz kurz anreißen. In erster Linie geht es dabei um die konsequente Aufrechterhaltung einer Forschungslinie zum prototypischen Autismus. Eine solche Forschungslinie gibt es nämlich derzeit aktuell nicht mehr. Dabei sollen kohärente Untergruppen im heutigen Autismus-Spektrum unterschieden werden, getrennt voneinander untersucht werden und so die wahre Natur von autistischen Merkmalen hinterfragt werden. Das heißt, wenn wir die verschiedenen Untergruppen im Autismus-Spektrum voneinander separiert und separat untersucht haben, sollen wir schauen, welche Eigenschaften gibt es denn, die allen diesen Menschen gemein ist. Und somit würde sich herauskristallisieren, Was ist tatsächlich eine autistische Eigenschaft und was ist nur ein Artefakt beziehungsweise ein Randphänomen? Ja, dieses Vorgehen finde ich sehr, sehr interessant. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass hiermit der liebe Laurent Mottron eigentlich eine Abkehr von dem vornehmen möchte, was wir heutzutage modern als Autismus-Spektrum bezeichnen und eigentlich wieder zu alten Kategorien wie Kanner-Syndrom, Asperger-Syndrom, atypischer Autismus vornehmen würde. Diese Untergruppen, die ehemaligen Untergruppen, die offiziellen zu diagnostizierenden Untergruppen von Autisten haben wir ja aufgelöst. Und jetzt haben wir nur noch das Autismus-Spektrum. Mottron möchte ehrlich gesagt, oder so verstehe ich das, das genaue Gegenteil. Er möchte wieder zu den alten Kategorien zurück. Vielleicht werden diese Kategorien nicht das Asperger-Syndrom sein oder der Kanner-Autismus sein. Wir wissen ja, dass diese Kategorien von oder schon immer von unsicherer nosologischer Validität waren. Und teilweise muss man ganz klar sagen, waren diese Kategorien, die man da vorgenommen hat, auch mehr oder weniger willkürlich. Das Asperger-Syndrom hat sich zum Beispiel vom frühkindlichen Autismus nur dahingehend unterschieden, dass eine geistige Behinderung nicht vorliegen durfte. Das wurde einfach so gesetzt. Und dass es keine Sprachverzögerungsentwicklung bis zum dritten Lebensalter gab. Ja, und das sind natürlich willkürliche Festsetzungen. Ich persönlich würde es begrüßen, und da gehe ich wahrscheinlich mit Laurent Mottron überein, dass man von willkürlichen Kategorien weggeht und zu tatsächlichen, natürlich gewachsenen Kategorien und Untergruppen im Hinblick auf das Autismus-Spektrum hinkommt und eben dann hier untersucht, was haben diese alle gemein. Ja, schreibt eure Meinung zu diesem sicherlich nicht ganz einfachen Thema gerne in die Kommentare. Wie steht ihr zu den aktuellen Entwicklungen und diese moderne Sicht auf das Autismus-Spektrum? Seht ihr das auch so kritisch wie ich? Fühlt ihr euch als diagnostizierte Autisten eigentlich überhaupt noch gesehen und willkommen im Autismus-Spektrum? Oder sagt ihr, das Autismus-Spektrum ist inzwischen so vielfältig, es werden inzwischen so viele Eigenschaften und damit natürlich auch Personen in das Autismus-Spektrum hineingezählt, dass ich gar nicht mehr weiß, was soll ich eigentlich hier? Eure Ansicht würde mich interessieren. Wenn euch das Thema Autismus interessiert, abonniert natürlich gerne diesen Kanal und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne natürlich auch Kanalmitglied. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Euer Tom.